Also wenn zu uns Besucher kommen, dann fragen wir die, ob sie gerne Erläuterungen möchten zur Kunst und wenn ja, dann machen wir ihnen so eine kleine Führung, immer. Viele wollen das gar nicht, viele wollen da einfach in Ruhe schauen. Manche sind auch so, wie wollen wir sagen, fortgeschritten in der Begegnung mit Kunst, dass sie das auch sehr gut selber alles einschätzen und einordnen können. Um Einordnung geht es ja natürlich auch sehr häufig. Und da können wir schon Hilfestellung geben, weil Einordnung ist ja auch ein wichtiger Schritt zum Verständnis. Bum ist Kunstvermittlung, also in unserem Beruf als Verkäufer auch von Kunst, ganz wichtig. Und gerade wir in unserer Galerie legen großen Wert auf Vermittlung.